Mich macht glücklich zu sehen, wie viele Menschen oft von dem Wenigen, was sie haben, etwas abgeben wollen für eine gerechtere Welt. Mich machen Neuanfänge besonders glücklich. Mich macht es glücklich, dafür zu arbeiten, dass viele Menschen glücklich sein können und Glück nicht das Privileg einzelner bleibt. Mich macht glücklich, wenn vor allem junge Menschen eine Neugier dafür entwickeln, für die vielfältigen Perspektiven auf unsere Welt. Gesunde Pflanzen auf gesundem Boden machen mich glücklich. Mich macht glücklich, wenn ich in meinem Alltag und aber auch in meiner Arbeit merke, dass Menschen sich mit wichtigen Themen wie Umweltbewusstsein, Toleranz und Gerechtigkeit auseinandersetzen. Denn das sind wichtige Voraussetzungen für eine bessere Welt.